Hallöchen! Ed bin Olga. Hier hätten wir ja auf Facebook kommentarisch reden. Dann schreibt uns Seestadtfischer Mütze Glatze spielen. Hä? Svenja Erhardt. Wo ist Lotte? Die muss Kartoffeln schälen. Meine Astrid fehlt in manchen Videos. Die muss ne Suppe kochen, die muss viel Kartoffeln schälen, also kann sie auch nicht immer dabei sein. Die Hofdichterin Judith. Ist Dorki immer dasselbe Huhn? Auch ein Huhn lebt nicht lange. Das ist auch so wie in manchen anderen Filmen, wo Tiere mitspielen. Gott hat sie lieb, unsere erste Dorki. Die ist genauso lieb. Die ist sogar noch lieb. Der Niklas Meier, der schreibt mir, wer schreibt eigentlich die Drehbücher? Wenn jemand aus dem Team eine Idee hat, wird sie aufgeschrieben. Wir diskutieren darüber. Und wenn uns diese Idee gefällt, versuchen wir das in der Tat umzusetzen. Guido Ostarek schreibt mir, die Gerüchte Küche brodelt. Brodelt. Oh, das seid sie. Stimmt das? Das ist schon ein Angebot aus Hollywood für einen Blockbuster, der Olga vorliegt. Aus Hollywood ist bis jetzt noch keine Nachfrage gekommen. Aber wir arbeiten da dran. Dann schreibt der Dark Schnecke Rivis, na das ist mal speziell. Aber da ich selber Verwandte habe, die von der Küste kommen, finde ich das echt lustig. Daumen hoch für diesen Kommentar. Dann schreibt Renate Laufs, wie viel Oktoberfestbier habt ihr denn schon weg? Pussi Pussi. Prost. Oh, sehr viel. Oh, sehr, sehr viel. Oh, sehr, sehr viel. Jo, jetzt habt ihr Ostern. Und ich wünsche euch ein frohe Ostern. Und denkt dran, nicht so viel essen. Weil, mit BH, der kriegt auch ein Woller, er kann Woller zu nehmen. Tschüss.